Ich bin keine 60 mehr, keine 70 und bin auch keine 80 mehr. Ich werde 89. Ich habe Kindergroß gezogen und habe zwei Enkeln, Kindergroß gezogen und habe sie aus dem Kindergarten gebracht und die Urenkel auch. Und alle sind gerne zur Oma gekommen. Sport war für mich immer das Erste. Man darf nie sich selber sehen. Man muss immer sagen, es gibt viel Schlimmeres. Ich habe viel aus meinem Leben gemacht. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020